Skandal! Millionen Betriebsrentner bekommen keine Energiepreispauschale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben wieder mal eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de zum Thema Energiepreispauschale bekommen. Sinngemäß, warum erhalten Rentner aus privatwirtschaftlichen Versorgungen wie Betriebsrenten nicht die 300 Euro Energiepreispauschale? Quasi wie im Rahmen der Gleichbehandlung mit öffentlich-rechtlichen Versorgungsansprüchen von Beamten. Warum werden Betriebspensionäre nicht wie Beamte gleichbehandelt? Im Grundsatz erhalten versorgungsbeziehende Beamte des Bundes aufgrund der Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende die 300 Euro Energiepreispauschale ab dem 1.12.2022 ausgezahlt, wenn die Beamten die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Und genau in dem von mir genannten Gesetz gibt es nur zwei Personenkreise, die die Energiepreispauschale für Rentner oder Beamte beziehen können. Das sind einmal die gesetzlichen Rentenempfänger und einmal die Versorgungsbezieher oder beziehenden Beamten des Bundes. Betriebsrentenempfänger sind dort in dem Gesetz wörtlich überhaupt gar nicht erwähnt. Privatrechtliche Betriebspensionäre werden deshalb die 300 Euro Energiepreispauschale nicht bekommen. Die meisten der von mir genannten Betriebspensionäre sind nämlich gleichzeitig auch noch gesetzliche Rentner. Insoweit bekommen sie als gesetzliche Rentner, hatte ich ja vorhin schon gesagt, gibt nur diese zwei Gruppen, dann ab dem 1.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale als gesetzliche Rentenbezieher ausgezahlt. Deshalb sagt das Gesetz, wir erfassen Betriebspensionäre hier nicht noch extra, weil dann könnte es ja sozusagen zu Doppelzahlungen kommen. Und im Übrigen hat der Gesetzgeber auch hier ein Problem gesehen, denn wie sollten denn die Betriebspensionäre überhaupt technisch erfasst werden? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben gefühlt in Deutschland 25.000 unterschiedliche Betriebsrentensysteme. Also das ist auch ein Grund, warum Betriebspensionäre hier keinen Anspruch auf eine Energiepreispauschale, ähnlich wie Beamte oder Rentner, haben können. Und im Übrigen ist es auch so, dass Ruhestandsempfänger von Versorgungswerken wie Anwälte, Ärzte, Zahnärzte, Architekten usw. auch die 300 Euro Energiepreispauschale nicht erhalten werden. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Im Grundsatz ist es dem Gesetzgeber nämlich erlaubt, zwischen Betriebsrentenempfängern und gesetzlichen Rentenempfängern zu differenzieren und im Rahmen einer Gruppenbildung nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz die Energiepreispauschale dann jeweils einer Gruppe als Begünstigte zuzuordnen. Natürlich hat man dann auch zu schauen, dass der Gesetzgeber hier entsprechende Begründungen abgibt, warum er der einen Gruppe das nicht gewährt und der anderen Gruppe das gewährt. Aber letzten Endes ist es Sache des Gesetzgebers festzulegen, wer hier die Energiepreispauschale ausgezahlt bekommt. Wenn Sie also der Meinung sind, dass Sie Anspruch auf eine Energiepreispauschale aus einer Betriebspension haben wollen, müssen Sie jetzt praktisch den Gesetzgeber auffordern, hier eine entsprechende Gesetzesänderung vorzunehmen. Eine Klage halte ich deswegen für wenig bis gar nicht erfolgsversprechend. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel